Lernen Sie Lünen und besonders dessen Land und Leute näher kennen. Lünen von oben schaut diesmal ein wenig über die Grenzen des Stadtgebiets hinweg und landet schließlich bei den Menschen. Es sind vor allem die Menschen, die einer Stadt ihr Gesicht geben und damit kann sich Lünen sehr gut sehen lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020